und nicht abbrechen wie es mir gerade so einfällt muss ich das wahrscheinlich weil ich komme hier nicht weiter es tut mir leid ich mache mal folgendes ich gehe erstmal hier wieder rein so und speichere erstmal save the game weg und melde mich gleich wieder zurück wenn ich das Spiel nochmal neu gestartet habe so und da bin ich auch schon wieder ich musste das ganze Spiel nochmal von neu starten alles nochmal neu machen das war eine Arbeit du und wenn das jetzt nicht geht ich drehe durch und wieder einmal haut uns die Katschämme bis dahinter das ist klar und ich drehe durch wenn das jetzt nicht geht dann drehe ich durch es geht nicht ich bleib hier hängen ich weiß hier auch nicht also ganz ehrlich warum bleibe ich hier hängen muss ich den richtigen Winkel erwischen es wäre ein bisschen schade ich gehe mal in der Hocke ich gehe mal in der Hocke was ist das denn Alter was hat die Oma hier drin gemacht Alter was war das Medikamente hier ist nichts Ok Ok Ah Ah der Laptop Ah wir haben doch Ah wir haben doch die Laptop Batterie Jetzt musste ich alles nochmal holen Digital Textdokument Ah warte mal Wir hatten doch Ups Passwort Das Bild ist Iron Number Fee Eisen Ist doch 48 Glaube ich zumindest wenn ich gut aufgepasst habe Die Chemie Ja 4826 Also das Passwort müsste heißen 4826 Machen wir mal 48 26 Huch na so nicht I am served guy I am clear now How will the results of the Repertory Send video Ok 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 Middle my other part Dimension served lost Ok 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 Verstehe ich jetzt eigentlich nicht so ganz Aber Alter was hat die Oma hier gemacht Ist ja ein bisschen hier ein bisschen gespenstisch langsam Mit den Skeletten Das war schon ein Schotter Aber hier ist nichts Was jetzt Huch Mach das mal zu Ja was jetzt Ich bin grad ein bisschen verwirrt Ich bin grad ein bisschen verwirrt Oh Alter Erschrecke mich nicht Stromausfall Omi? Ähm Alter Hab ich mich erschrocken Ich will da nicht hoch Ich will da nicht hoch Wir haben da eine Taschenlampe Warum geht die nicht? Alter es ist dunkel Ich sehe nichts Warum war hier die Omi da? Was ist das hier? Was ist das hier? Oh Gott ich hab leichtes abgekloppt Tross Ist immer noch nicht ab Ja Uns fehlen jetzt noch zwei weitere Stolzlöten Alter ey Hab ich mich erschrocken Zwei Wochen? Warte mal Wochen kann man nicht die Taschenlampe nehmen Quap Juss 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 Die Taschenlampe geht nicht Juss 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 Oma Keine Oma Juss 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 Omi 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 bist du hier unten? Omi 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 Juss 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 Eine weitere Steuflöte, aber... Alter, warum kann man hier keine Taschenlampe nehmen? Ich sehe gar nichts. Hemd-Taschenlampe. Use! Kein Gleichzeit. Okay. Das Licht geht nicht. Also ist das Laut gerade. Ähm... ... ... – Faith – WELCOME, WELCOME, TO MY HEART –